Und deswegen sagen wir Grüne, braucht es jetzt Folgendes. Erstens, eine Verschärfung der Kontaktbeschränkung der ungeimpften Erwachsenen. Zweitens, wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. Drittens, und das tut uns besonders weh, die Absage aller Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen mit Publikum. Und ich bin einfach froh, dass die neue Ampelregierung sich auf den Weg macht, eine allgemeine Impfpflicht wohl einzuführen. Und ich erwarte, dass die Vorbereitungen jetzt schon beginnen.